ja hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem kanal hier mit meinem ersten messer 2017 das war mal wieder eher so ein zufallskauf auf ebay da hatte ich mal zugeschlagen weil ich mir gedacht hatte sieht zwar alt und rostig aus könnte aber interessant sein und ihr könnt euch nicht vorstellen wie interessant dann doch noch geworden ist das messer um das ich heute drehen soll ist ein ziemlich kleines stück messergeschichte ein sleeveboard wie sich diese messerform nennt darauf gehe ich dann später noch ein ich habe es mal von all seinem rost befreit und allen macken und kratzern und dergleichen hier haben wir ein kleines sleeve board der man kann es auf dem klingenstempel fast nicht erkennen der cataraugus cutlery company little valley new york davon hatte ich keine ahnung das hatte ich noch niemals in meinem leben gehört cataraugus cutlery company also habe ich mich in die recherche gestürzt und ich kann es mir nicht verkneifen jetzt ein kleines etwas stefan schmalhaus eskes geschichts exkurs video anteil zur cataraugus cutlery company zu machen bitteschön die cataraugus cutlery company geht auf einen john bf champlin zurück der zunächst mal 1883 zusammen mit seinem sohn einen eigenen messervertrieb gegründet hat wo er unter anderem auch solinger messer zum beispiel von der firma lauter jung die ja die gründer der marke puma sind verkauft hat und 1886 also drei jahre später traten dann seine schwiegersöhne die vier brüder william russell jean john und andrew case in die firma ein und die ganze firma wurde in cataraugus cutlery company umbenannt cataraugus ist das county also der bezirk wo die firma dann stand ja die vier case brüder haben dann die firma aber relativ bald wieder verlassen was dann daraus wurde wisst ihr ja nämlich die case cutlery company 1890 hat cataraugus dann eine insolvente andere messerfirma aufgekauft samt dem equipment und gebäuden und angefangen eigene messer zu produzieren und von da an hat sich cataraugus dann einen namen gemacht in sozusagen der messerwild für sehr gute verarbeitung waren auch beteiligt an der produktion von messern für die armee für den zweiten wildkrieg oder für polar expeditionen und sonstige spürenzchen ansonsten haben sie aber hauptsächlich taschenmesser produziert die generell auch gerne mit dem indianer kopf als werbesymbol vermarktet wurden mit dem sozusagen mit dem hinweis auf die indianische geschichte des cataraugus county wo die firma dann stand die firma war bis 1963 in betrieb und ist dann wohl insolvent geworden die firmengebäude stehen noch zum teil und können tatsächlich heute noch besichtigt werden der name wurde wie so oft von frost cutlery auf chattanooga tennessee aufgekauft und wird immer noch naja für china messer verwendet die teilweise eben von frost in china produziert worden sind was ich hier also habe ist ein wirkliches extrem interessantes stück messergeschichte und noch interessanter wird es dann später aber dafür gehen wir mal wieder live und hier habe ich also ein sleeve board der cataraugus cutlery company sleeve board nennt sich dieses pattern deswegen weil die form so ein bisschen an dieses naja zusatz bügelbrett erinnert das an manchen bügelbrettern dran ist um eben hemdsärmel ordentlich bügeln zu können deswegen sleeve board also ein messer mit zwei bolstern aber mit einem deutlich kleineren schmaleren und einem etwas größeren das ganze messer ist an sich nicht wirklich groß wir haben hier eine gesamtlänge von gerade mal achteinhalb zentimetern die master blade übrigens spear point ist mit fünf zentimetern jetzt nicht wirklich furchteinflößend und die wirklich kleine pen blade hat gerade mal so 3,8 zentimeter also das ist wirklich das ist wirklich ein kleines messer was gibt es ansonsten gibt es erstmal von den technischen daten her nicht wahnsinnig viel darüber zu sagen wir haben hier eine kohlenstoffstahl klinge also beide klingen sind wohl aus kohlenstoffstahl es ist auch sehr schön scharf geworden das passierte schon mehr oder weniger zufällig beim polieren und schleifen der klingenflanken da ist das ding sozusagen fast schon zufällig scharf geworden ansonsten haben wir hier knochengriff schalen mit einem sehr schönen feinen jigging muster und beide klingen laufen auf einer rückenfeder das ist aber wie soll ich sagen auch schon das einzige manko an diesem messer die feder hat nicht mehr wahnsinnig viel spannung also es ist schon noch was da aber so wahnsinnig viel spannung ist auf der feder nicht mehr das könnte aber an dem wahrscheinlich interessantesten umstand liegen was dieses messer betrifft nämlich sein vermutliches alter die catarrogus cutlery company hat wie die meisten anderen messerfirmen auch irgendeine art von nummerierungssystem für seine messer wie great eastern cutlery ja auch da findet sich immer irgendwo eine nummer also wie in dem fall von great eastern cutlery 47 wäre die peta nummer und dann so weiter anzahl der klingen produktionsjahr und so weiter sowas hat catarrogus normalerweise auch nur auf diesem messer ist nirgendwo eine nummer zu finden wir haben nur hier catarrogus cutlery company den stempel little valley new york aber dann lässt sich hier nichts weiter finden und meine recherchen in blade forums etc haben zu tage gefördert dass zu beginn ihrer firmengeschichte wohl catarrogus noch keine zumindest keine konstante modellnummer reihe für ihre messer hatte was also die möglichkeit der überlegung schafft dass dieses messer verdammt alt sein könnte wie ihr euch vielleicht erinnert die firma wurde 1890 gegründet oder bzw hat 1890 angefangen messer zu produzieren dieses messer könnte also gut und gerne 100 jahre oder älter sein und der umstand ist für mich absolut faszinierend dass ich hier ein stück amerikanische messergeschichte in händen halte die vielleicht verarbeitungstechnisch nicht das absolute nonplusultra ist im vergleich zu sowas wie great eastern cutlery aber das hier ist sozusagen der real deal das sind reproductions von alten mustern die sind absolut toll ich liebe great eastern cutlery aber das hier das sind die messer auf den great eastern cutlery beruht in ihrer machart und in ihrer geschichte ja ich bin wahnsinnig fasziniert dabei muss ich es jetzt auch mal belassen ich komme sonst hier nicht mehr gedanklich vom fleck ein messer das vermutlich 100 jahre alt ist oder älter in meinen händen finde ich wahnsinnig faszinierend jo das war es auch schon gewesen heute mal mit kleinem geschichtlichen exkurs mal wieder ich hoffe ihr schaut mal wieder rein bald kommt was sehr interessantes von bark river bei mir vorbei und dann sage ich jo vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten video tschüss